And it feels like I am just too close to love you Yoho Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einem Video, das eigentlich mal was Privates ist und das ich eventuell auch per E-Mail verschicke würde, wenn diese Person eine E-Mail-Adresse hätte, die sie mal abruft. Und hier ist auch der Beweis Katzen Schwimmen wohl. Ja, der einmal ist grad so ein bisschen arm durchsichtig sein, wegen dem Shaders. Und im Moment ist Janina Krabs, das ist aber vollkommen unsichtig und muss die Kühlmelke, der liegt für jemanden noch einen Geburtstagskuchen. Das hier wird irgendwie das Video an 30 sein, das heißt, das ist ein Geburtstag mit einem 31.4. Ja, normalerweise gehe ich dann noch immer hinten an die Euter von Tico. Von Tico, von den Kühen. Aber so geht's auch. Und, warte, warte eben. Dann ist mir mal meine Katzen. Meine Gläckchen Katzen. Ich hab' die Koffel, die Koffel, die Koffel, die Koffel, die Koffel, die Koffel, die Koffel. Ich hab' eigentlich genug Zuckerrohr, aber ich hol' jetzt lieber nochmal selber welches, damit ich nachsiedeig wirklich alles hole. Natürlich hab' ich dann jetzt Weizen vergessen, aber ich glaub' ich hab' noch was im Haus. Das müsste ich welchen von draußen holen. Man müsste mich jetzt auch besser hören. Ich hab' mein Mikro jetzt noch Meier auf mich gerichtet. Das ist das Problem bei mir gewesen, dass mein Mikro jetzt keine richtige Unterlage hat. Ja, ich hab' noch Weizen. Und dann müssen wir den Kuchen, wie wir alle wissen, ein Ei in die Mitte tun. Dann müssen wir unten hin Weizen tun, also Mehl. Dann hier hin muss Milch. Hier hin muss Milch. Und dann muss hier noch Milch hin. Und dann hab' ich den Zucker vergessen. Pfff, toll. Und dann braucht man noch zwei Zucker. Diese beiden Zucker tut man hier hin. Nochmal das Weizen. Also das Mehl quasi. Und dann noch die Milch. Und zu guter Letzt noch ein Ei. Keine Stöcke, Ei. Und man hat einen wunderbaren, leckeren Kuchen. Und diesen Kuchen werde ich dann nochmal gleich einschneiden. Mal gucken, ob das hier geht. Das müsste eigentlich klappen. Uh, er fliegt. Ein schwebender Kuchen. Happy Birthday to you. Ein schwebender Kuchen. Wuhu. Du kannst nicht die Kerzen ausblasen. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Tut mir leid, dass das Video erst jetzt gekommen ist. Ich hab' gedacht, das wäre jetzt nicht so wichtig. Ich ess' mal ein Stück. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und euch natürlich auch, wenn ihr das angeguckt habt. Ich glaub' zwar nicht. Aber dann. Ciao. Nomnomnom. Nomnomnom. Tschüss. 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 Tschüss.